Schwiegersohn Hansi Hansi Elvis Nicht anspritzen Anastasia Nicht den Leon anspritzen Schwiegersohn kannst du anspritzen Der ist nicht tot, der ist bei der Erstkommunion Bitte Das ist der Patrick Sie erinnert sich ja da in ihrer Meinung Hallo Wir haben noch einen Noch mal Der Mimi sieht es aus Machen mit dem Patrick Mit der Antonina Hat er jetzt noch mal einen Schuh Für die Füße Ja Wurscht Das ist der Hammer nochmal Ja Für uns ist es für den Socken 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 Ja 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 Ja